So ein Saftladen Oh mein Gott Oh mein Gott Wollen wir zwei Gegner direkt vor mir? Keiner hier Bleib im Depo Alter Er hat eine Drohne Alter ist die Wunde stark Nein, 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 ich verbrenne Was schieß denn du da? Hast du zufällig Muni? Oh nein Oh ich bin aufs Kuh los auf 15er Oh nicht im Hülsen alter Nicht im Hülsen jetzt Nein, 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 nein Scheiße, wir sind getroffen Lauf Feind am Boden Ja Ich hab den Güter Charlie ist tot Zielobjekt Charlie wird gesichert Ich komm nicht Idealer Zeitpunkt um nachzuladen Wir kontrollieren, bravo Einflussbereich Charlie wird gesichert Sorry Sorry Die gab mir die ganze Zeit Au Nächste Magazin Mauter Rabo Rabo ist da oben Oh icke Ska Schlager Ska J tricked von der Ladung und die Scheiße sind also nicht die Vitor zu so nun da hinten steht irgendwie so ein Snap weil ich kann hier nicht umbringen ich hab grad so einen Typ mit der letzten Türkei, das ist aber ganz geil ey Anna spielt auch mit, Alter ich weiß gar nicht, dass die Call of Duty spielt ich will verletzen die Drohne wartet auf Befehle ich will verletzen die Drohne wartet auf Befehle die Drohne wartet auf Befehle ich sollte auch aufhören hier irgendeine Scheiße zu machen um einfach für die kurzen zu spielen ich will verletzen die Bühne Der wird verlegt. Bereit! Der Einsatz bereit! Da ist der Einsatz von mir! Darf eine Betäubungsgranate! Spitz an! Einer noch! Zweier noch! Wir nehmen Delta ein! Ja klar! Ich habe ja davon nichts gehabt! Ich habe einfach einen Riesenrad... Sehr, sehr einfache Lösung! Glaubst du an Leben nach dem Tod? Ja! Begebt euch jetzt zur Sicherheitszone! Bleib stehen! Musst ihr vom Mandalorianer die Musik eigentlich anfangen, Alter? Bleib, breit, 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 breit! Glaubst du an Leben nach dem Tod? Stock! Alter, was? Hast du echt schon genockt? Alter, zu viel, Junge! Fuck me! Oh! Er ist stalking! Er wird... Stalker? Ja, B****! Er ist nicht hier, Junge! Hehehehe! Wo ist der Team-Mate? Ah! Da oben! Er kommt nicht rein! Hä? Das ist nicht sein Mate gewesen, wahr? Da ist er! Hat ein paar Hits auf jeden Fall! Oh! Oh, da kommt ein Auto angefangen! Ich hab ein Colette gemacht! Das ist scheiß Ding! Dann sind wir hier in der Nähe! Wir haben Alpha verloren! Dann sind wir hier in der Nähe! Wir haben Alpha verloren! Ein... Da ist ein... Da ist ein... Da weiß es noch welche! Da sind noch welche! Vorne der Aufbauung über die Karte! Ohne... Ohne... Viel eliminiert! Ist einer auch tot? hinter uns kommt der lkw hinter cheat break ich glaube bei dir ist einer reingerahnt ins haus die spx ist ja nicht gut ok Gott, wie hat er mich gebetet hat Mann, Mann! Attacke, Mann! Mann, Mann! Mann, Mann, sind hier... Marco! Ja, das ist so geil! So... Halt dich in Ruhe! Ich hab den Camper im... F**k! Kamen und Winder, Mann! Level 250! Er ist rausgesprungen! Er ist Shitbreak! Den kannst du jetzt von hinten natzen, wenn du willst! Ja, hol! Nice! Oh, ich hab'n Assist für den gekriegt, obwohl ich den gar nicht angeschossen hab! Ich hab hier seinen feindlichen Trupp! Eins Shitbreak, da wo ich den Typen grad gekillt hab! Bitter der Palme! Und so finisht! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Und dann immer wieder... Oh, 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 oh! Alter, die Ska! Ich bring' zum Beispiel jetzt grade zum Headfight, als wir da in den Haus waren... Alter, mein... Mein, ich bin die Backpackerin! Ja! Meins auch! Ich bin in den Gefängnissen! Wie man vorbeislidet, Alter! Wie man hier vorne... ...dass du das... ...dass du auch rauskriegst! Ja! Ich bin so mühen! Oh, ganz schön! Ich bin so mühen! Fogunие! Verbildete kontradrohne online! Verbündete drohne einsatz! ...druckst du das mit dem... Oh, meine Stellung. Verstanden, Drohne im Einsatz. Unsere Drohne... Feindliche Drohne im Hinterland. Verbündete Konterdrohne in Position. Alter, ist... Alter, wie viel... Einer ist rechts. Na, einer. Ja, einer. Der Klettert hier gerade hoch. Lassen. Knock. Alles klar. Ich quitte raus. Alles klar, ich quitte raus. Kein Bock mehr. Nein! Und dann stützt da einer auf mit seinen Scharfschützen. Echt süß. Okay. Mir war nichts wichtig außer Weed um Mädchen zu fingern, Dicker. Ich führte schon seit immer ein scheiß Leben als Sünder. Also was hindert mich die Szene zu plündern, Dicker. Seitdem die Chimperator Sache läuft... Ja, was? Oh! Auto! Einer noch. Der andere hat... Einer ist hinterm Haus. Einer hinterm Haus bei dir. Ich finische den... Helfen. Da kommt einfach noch einer. Muss wegrennen. Okay. Ah, hinter mir. Wir haben mich erwischt! Betäubungsplanate geworfen! Okay, hinter mir. Oh Gott! Wie kann man denn nur so dämlich zocken wirklich? Der andere liegt dort. Mann! Tom, die ich einfach gar nicht mag. Hat hier einfach nur Scheiße ist, ne? Zielobjekt Charlie wird gesiegt Alter, aber die Waffe ist ja mal gut Zielobjekt Charlie gesiegt Ich bin's nicht so lang, manage mich Es nervt Alter Alter Alpha wird gesiegt Dieser Mad Silver, alter, der hat einfach nur Lack Mehr hat er nicht Wirklich Wir kontrollieren alle Zielobjekte Die Renata sind Dem hab ich den Tag versaut Achtung Alter Das ist geil Wechsel das Magazin Feind sichert Alpha Sie rennen davon Weiter so Zielobjekt Charlie Sie sind die Unterdrücker Die Unterdrücker Sie haben mich erwisst Feind sichert Charlie Zielobjekt Charlie Zielobjekt Alpha wird gesichert Samtex geworfen Der Feind hat die Zielobjekte erhobert Der Feind hat alles Zielobjekte erhobert Zielobjekt Alpha wird gesichert Gebt die Rückendeckung Wir nehmen Bravo ein Lade nach Wechsel im Magazin Bravo gesichert Oh Kaffee Oh fuck Ich hab die Zoll Zielobjekt Charlie wird gesichert Auf die Spawner alle bei Was? Was? Problem ist beim OP, du siehst halt nicht, ob der Gegner oben oder auf deiner Ebene ist, das ist manchmal echt dämlich. Ah, da ist der letzte Doublekill. Geh nicht zum B rein, da kämmt einer. Ah, ne Drohne wäre big, Alter. Unnachgiebig, ich bin auf 20er, Dicke. Ja, da kommen einige mit, Alter, ein ganzes Team. Das habe ich noch. Ich brauche ne Waffe. Oh, ist das Boll, weil du mich verarschst. Ich hab nur ne Sniper. So, hier sind alle nockt und ich auch. Und einer ist nur noch am rumrennen hier. Die anderen sind nockt. Hier, der ist hier draußen. Der reviviert in den Körper. Schön. Das wird schon wieder. Ja, ne, ne. Drei Leute hier rüber. Die laufen nach rechts weg. Richtetragbares Radar allen. Ich seh ihn nicht mehr, ich weiß nicht wo er ist. Einer ist bei dir da direkt. Ja, der hat direkt eine Pfanne. So, Happen, Happen. Ja. Kannst du den... Oh Gott, die Waffe ist so krass. Ich hab... Wir haben zwei Zielobjekte gesichert. Da. Da kommt ihr. 外 strade. Ziel, ausgeschaltet. Ausließen. Er passt zur Verfügung. Er braucht nur ein Überflug. Verstanden. Throne ist oder Schade? Untertitelung des ZDF für funk, 2017